Seit Sonntag wütet unweit der Ortschaft Lübthen der inzwischen größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Nach der Sicherung der angrenzenden Ortschaften gehen die Einsatzkräfte nun dazu über, die Flammen aktiv zu bekämpfen. Dabei setzen sie verstärkt auf die Bundeswehr. Das bedeutet, heute werden die Kräfte signifikant anwachsen. Es werden zehn weitere Bergepanzer und Pionierpanzer im Laufe des Tages hier erwartet. Wir werden die Führungsfähigkeit so sicherstellen, dass alle Bundeswehrteile gemäß Weisung der Einsatzlage erreichbar sind und schnell reagieren können. Die Löscharbeiten gestalteten sich bislang schwierig, da das Feuer auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz und Munitionslager lodert. Die Gefahr von Explosionen droht. Aus diesem Grund dürfen die Einsatzkräfte sich dem Gelände nur bis auf 1000 Meter nähern. Räum- und Bergepanzer sollen nun den Weg für die Feuerwehrbahnen und Schneisen in das Brandgebiet schlagen. Zusätzlich wird die Zahl der Löschhubschrauber auf sechs erhöht. Hinzu kommen noch zwölf Wasserwerfer der Polizei. Laut des zuständigen Landrats sind mittlerweile mehr als 2000 Einsatzkräfte beteiligt. Vier Ortschaften mit knapp 800 Einwohnern wurden evakuiert. Untertitelung des ZDF, 2020